Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Ja, wir haben seit letztem mal zwei süße kleine Antiloten da stehen und mir ist gerade eingekonnt, ich habe hier außenrum noch kein Bildungswerk. Hier, da brauchen wir ganz dringend so ein Schildchen, um was es da eigentlich geht. Und dann brauchen wir hier so ein Tiergesprächspunkt, immer wichtig. Und hier gibt es noch so eine Tribüne. Und hier gibt es einfach noch random Zeug, was ich euch gönne. Für die Kinderchen. Und hier noch so ein Infolautsprecher. Und dann machen wir hier noch Mülltonnen. Und dass ihr mir hier Müll macht. Also irgendwie, ich dachte jetzt stehen hier voll viele Leute, aber ist nicht so. Gut, ähm, Antilope. Der redet bitte auch über die Antilope. So, dann mit Sitzbereit verbinden. Ähm, wegen mir sind die auch erlaubt. Hier so eine Antilope. Und das ist jetzt so eine Juli-Linie. Gut. Sauberkeit. Was ist denn ein Sauberkeitsproblem? Ach du heilige Scheiße, wir haben die überreichen Geht? Ja, ich bin ja. Ich bin ja auch ein Tierpfleger. Ich bin ja auch ein Tierpfleger. Ich bin ja auch ein Tierpfleger. Ähm, okay. Meine Vs machen ganz viel Kaku-Kaku. Ich brauch wohl da noch ein Tierpflegerchen. Hier Tierpfleger. Ähm. Oh, der Ausbilder hat ziemlich viel zu tun. Dann stellen wir da auch mal einen zweiten ein. Ähm, ansonsten. Ja, der Tierarzt hat eine hohe Arbeitsbelastung. Dann stellen wir noch einen Tierarzt ein. Noch irgendwer. Nicht mega. Ja, der eine hat eine Arbeitsplätze und andere nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, dann bilden wir mal alle fort. Und schade, dass es kein Knopf gibt oder ich nicht weiß, wo der Knopf ist, dass man einfach alle auf einmal fortbildet, dass man halt ein weniger Stress hat. Aber ich finde, das können wir unseren Mitarbeitern schon mal gönnen, dass die hier alle nur eine Ausbildung kriegen. Krankes Tier entdeckt. Ach nein, jetzt fängt das wieder an. Okay, wo ist mein Forschungsding? Kuhfieber. Erforscht das mal bitte. Ja, jetzt werden wir unsere ganzen Tierchen eingesammelt. Vielleicht sind da irgendwelche Tierschützer da. Ich sehe schon. Warte, was, wo dein Zaun zu klein war? Ja, das war wunderschön, gell? Haben uns alle sehr gefreut, dass es auf einmal hieß, Alarm, Tier ist in Kommen. Oh, der hat jetzt keinen Strom. Okay, da hinten ist kein Strom. Dann gibt es gleichzeitig eben auch so ein schönes Wind-Grab-Dings. Was habe ich denn sonst geholt? Also, was ich denn hier sagen kann? Bitteschön. Ähm, zu viele E-Tickets sind zu günstig. Okay. Da hinten gibt es keinen Strom. Kann ich auch sofort ändern. Okay, dann ist nämlich auch das Oberritter gleich mit im Stromnetz verbunden. Und hier gibt es keinen Verkäufer. Das ist mir eigentlich scheißegal. Da kommt schon mal irgendjemand. Okay, und die Tickets sind wohl zu günstig. Also, wenn das eure größte Sorge ist, dann machen wir mal 10. Und ein Kind kostet dann 6. 7. Das müssen wir sich ja nicht beschweren. Ich bin froh, dass es nichts kostet. Ich kann es kaum erwarten, die Gespräche eins zu sehen. Okay, warum muss man dann so... Ihr Zoo wirkt ziemlich klein. Ich habe Durst. Ja, okay, diesen Durst kann ich jetzt noch irgendwie verstehen, wenn der Laden jetzt so lange zu hatte. Aber das sollte jetzt auch besser werden. Ich kann ja mal auf diesem Radar schauen, wo die Leute den Durst haben. Hier wohl, wir finden es doch super, oder? Die Hege. Temperatur, ja. Mit stark negativen Effekten können. Rom. Hat ja fast alles. Ähm... Was hat da einen negativen Effekt? Und Imbissladen hat bestimmt keinen negativen Effekt. Okay, das da hat einen negativen Effekt auf Gäste. Aber ich musste das da hinstellen. Ähm... Gastbildungsabdecker. Zufriedenheit. Durst. Okay, die Leute, die da stehen und die da hinten. Das wird doch eigentlich was versorgt sein, oder? Ich meine, das da ist doch super eigentlich, weil das ist ja... Ich kann deswegen hier verschönern. Das kann ich machen. Ich kann da hier so Blümchen außenrum stellen. Vielleicht ist das dann glücklicher. Wir verschönern jetzt das Windkraftwerk, indem wir da Blumen reinbauen. Wir verstecken das jetzt einfach. Wir bauen jetzt einfach ein Turm aus Blumen. Und fällt es keinem mehr auf, dass da was Böses steht. Was Strom schafft. Was denken die, wie die Tiere an Strom kommen? Also, wie die Tiere da versorgt werden? Gar nicht. Ich finde, mein Bauwerk ist wunderschön. Ich denke, die Leute werden es nicht mehr erkennen können. Und der Techniker wird es nicht mehr reparieren können. Wie sind so viele Pflanzen neben dem Windrad gekommen? Da sieht man noch was. Also, ich finde, das ist jetzt ein wunderschönes Gebäude. Das ist jetzt ein individueller Baum, Leute, der sich irgendwie dreht. Hier ist es ja unglaublich. Hier macht es sich nie mehr möglicher. Die Mitarbeiter... Ich habe das Ding super gut verborgen. Also, ganz ehrlich, was soll man denn das sagen? Der hat jetzt einen Verkäufer, oder? Da ist ein Mensch drin. Kein Verkäufer. Okay, wir stellen uns mal noch einen Verkäufer an. Weiß ich nicht. So. So, falls irgendjemand anders noch Ablösung braucht. So, falls irgendjemand anders noch Ablösung braucht. Top-Camp. Okay, tampoco. Ich hoffe, die Leute sind glücklich, wenn sie dabei gehen. Danke schön, zu dir. cierto Cole. consequentische Fahrt. Das ist aber ja völlig nicht konkret. So, bitte schön. Es, der Mensch schlägt. ziemlich klein, ich habe Durst. Aber der Laden läuft ja jetzt. Kann man ja nichts mehr sagen. Und eigentlich sind die alle nur auf diesem Main wie, sind ja nirgends anders. Also hier sind halt so ein paar Leute, aber ich meine, da vorne ist der Laden, also weiß nicht, was die in ihr Problem ist. Okay. Meine blauen Faunen in die Wildnis freilassen. Die haben gerade so eine Krankheit. Ich glaube nicht, dass ich die irgendeinem freilassen sollte. Ich habe meine Mitarbeiter-Einrichtung verschönert. Niemand erahnt, dass das da ein Windkraftwerk sein soll. Schaut mal, wie schön das ist, wie es sich innerhalb der Punkte dreht. So. Was machen wir denn als nächstes? Okay, was ist denn hier vorne? Okay, das steht halt auch die Fälle immer an. Ich kann ja noch so Verkaufsautomaten für Getränke hier ganz echt in so einem Verkaufsautomaten kann man ja eigentlich nicht sagen, wenn man sich da mal was zu trinken holen kann. Hinten stehen noch relativ viele Menschen. Okay, da hinten ist dann nichts. Schauen wir mal, ob das unsere Durstprobleme löst und wenn es wirklich unser Durstproblem löst, dann machen wir dasselbe mit den Essen. Dann gibt es hier halt auch noch ein paar Essensstände. Das ist ja wichtig, dass man gebildete Mitarbeiter hat. Ja, das ist ja wichtig, dass man gebildete Mitarbeiter hat. Was sieht es aus mit der Arbeiter, das ist also von manchen, okay, Ausbilder haben viel zu tun, Tierpfleger und Tierärzte. Da haben wir so ein paar Zugpfleger noch ein, drei Stück. Tierpfleger, drei Stück. Die Lohnkosten werden in die Höhe schmillen. Technik, da machen wir auch mal einen. Also Sicherheitsbeauftragte wollen wir bestimmt keinen. Dann machen wir noch zwei Ausbilder. Wir machen noch zwei Tierärzte, weil ich glaube, die haben gerade eben das größte Problem, weil die ganzen Tiere krank sind. Äh, kann ich noch jemanden ausbilden? Ich stelle die ein und die kriegen gleich eine Ausbildung. Also ich finde tatsächlich, das sollte man glücklich sein. Und morgen kann ich die dann weiterbilden. Es kommt ja nicht mal irgendwie so eine Aufgabe, es ist noch dem Motto, hey, schau mal, dass es den Leuten gut geht, sondern einfach nur so, ja, hier lassen wir ein paar Leute frei. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit dem Preis? Ich hätte den Schien mitnehmen sollen. Also das ist jetzt wirklich der Preis für die Tickets, das kommt. Oh, toll, Regen. Ach ja. Das hat keinen Strom. Oh. Aber wenn ich euch da jetzt wieder so ein scheiß Windding hinstelle, ist gleich wieder jeder angepisst. Außer ich, kann ich das verrutschen, bewegen? Das hilft nicht, wenn ich das verrutsche. Atenerhaltungsfreundlich, ja, glaube ich, die Leute nehmen es trotzdem. Ist ja gut, dann verkleide ich halt mal wieder so eine Windanlage. Oh, wie kann ich davon erinnern? Ja, wir warten einfach auf die anderen Stromdinger, weil dann kann ich das bestimmt besser machen, weil die, glaube ich, größer sind, die Solardinger. Dann baue ich die hinten ein Hände, da müsste ich ja ein bisschen davon erreichen. Dann läuft schon was, oder? Ach, ich habe da keinen Strom. Passiert. Ja, scheint ein bisschen stark zu regnen, tatsächlich. Also, das hängt immer noch, mein Zoo ist zu klein, gell? Ja, der Zoo ist ziemlich klein. Gut, nächstes Tier würde ich mal sagen. Was wünscht ihr euch für ein Tier? Was haben die Mitarbeiter? Nein, Frau Glatzer, das ist jetzt nicht mein Problem. Von der Antilopen, den geht's super. Ich könnte es mal so Erdpferdl gründen. Von dem hat Erdpferdl. Hatten wir einen alten Zoo nicht, dann wollen wir uns hier mal Erdpferdl. So, ein Stückchen machen wir wieder hin. Machen wir jetzt mal da hinten hin. Dass das auch in diese Richtung hier mal weitergeht. Die brauchen, glaube ich, auch nicht so ein großes Gehebe, oder? So Schweine, so ein Schweinestall ist ja auch nicht so groß. Natürlich ist der gegen die ähnliche Haltungsform, aber... Oh, hier ist ein kleiner niedlichen Schweinestall. Die sind ja auch ein bisschen kleiner als Schweine. Ich sehe gleich wieder den Tierschutz vor meiner Tür stehen. Wie jedes Mal. So. Dann lasse ich die Marke hinweggiefern und so senden. Die kommen dann wahrscheinlich gleich. Machen wir mal hier so einen Weg rum, dass wir dann hier... Okay, das ist scheiße. So kommen wir jetzt ein bisschen. Ähm, dann können wir da gleich schöne Dinge aufstellen. Wie zum Beispiel ein Tiergesprächspunkt. Ähm, dann so eine scheiß Infotafel, dass jeder sich freut. Und sagt so, ah, das ist aber ein schönes, geiles Schweinchen. Habe ich die nicht hier hingeschickt? Wer haben die denn? Ähm... Müll einmal sind wichtig. So, dann gibt es natürlich noch, ganz wichtig, Spendenbüchsen. Okay, Veterinärforschung abgeschlossen. Schaue ich gleich nach. Ähm, Spendenbüchsen. Ist ja wichtig. Muss man einfach mal sagen, also Spenden, davon finanzieren wir uns im Park irgendwo. Ähm, so, schauen wir gleich mal, was es da gibt. Okay, unser Warzenschwein wird bald... Na, das haben wir, warum nicht. Ähm, so. Was haben wir da? Gästezahl. Habe mindestens 1.100 Gäste. Da müsste ich jetzt voll aufs Marketing gehen. Und ich meine, ich habe gerade kleine Schweinchen hier zu versorgen. Die sind mir ein bisschen wichtiger. So, Gelände. Also, wir brauchen mehr Erde. Und mehr kurzes Gras. So, das ist so schön, oder? Das freut euch doch. Ähm, das machen wir tatsächlich mal weg. So, Pflanzung braucht ihr wohl keine. Was braucht ihr denn? Brutterschüssel groß. Am besten hier gleich hin, weil dann können die anderen das immer nämlich beobachten. Nee, ich möchte mal die großen, die extra großen. Genau, die habe ich immer ganz gerne. Ich weiß aber nicht, welche Schlafmöglichkeiten die vorzunehmen. So ein kleiner Rückzugsort. Kleiner Ball. Aber ganz viele Bälle, wenn es da schon so viele Bälle zur Auswahl gibt. Hier so ein Ding. Hier ein Tierbau. Und hier sind große Wasserschüsse. Hier so ein Wassertrog irgendwo hin. Ja, 50% nur. Ich finde, wir haben eigentlich schon mehr verdient. So. Ja, dann sind die jetzt ganz glücklich. Dann können wir hier auch gleich die Werbung für mich schalten. Und hier machen wir gleich einen Tiergesprächspunkt. Auch im Stehen erlauben, wie bei Erdwerken und zwar im August. So, dann würde ich mal sagen, ein Stream ohne Tierschutz geht doch nicht. Ja, haben wir schon. Zebra, okay. Kurz vor der Inzucht. Das ist jetzt nicht so cool. Dann müssen wir uns mal drum kümmern. Ja, aber kein erreichbares Forschungszentrum. Okay, was haben wir hier? Hier ist gestresst. Warum sind die gestresst? Wie kann man denn gestresst sein, wenn man so ein Tier ist? Okay, aber wir müssen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut machen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Lenin. Bis dahin. Bye. Bye.